Er gibt mir das, er gibt mir das. Ah, auf den Puppel drauf. Zack. Seilenschnabel, Handhabung vollständig. Denkst du, ich... Warte, versuch mal... Warte, ich versuch mal als erstes zu reiten. Mal gucken, ob das das schnappt. Ich glaub nicht. Geh weg, Harry. Did you see Harry, Papa? Potter? Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Nee, Harry... Oh, oh. 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 Boah, langes Level wieder hier. Langes Level hier wieder. Ich glaub, wir reiten jetzt mit dir. Ach, Dementor. Geht mir nicht auf die Nerven. Wo ist denn der Trank jetzt? Da ist der Trank. Oh, du hattest keinen Trank zusammen. Schneller. Warte, 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 warte. Warte. Was? Ich hör mal kurz gucken, was das für ein Trank ist. Räumchen, wechsel dich dran. Räumchen, wechsel dich dran. Weiter. Hm? Haven't отп schonkeiten schīm noch mal. Auf die Hinschydne. Auf die Hinschydne zuילו. Was? Let me get up. Das ist so schön. Ich bin Trepp oder George? Alter! Warte, auf mich ist ich komme! Keine gute Idee, keine gute Idee, weg hier! Wo geht's denn hin? Wer bist du denn? Was ist denn das? Ich hab mein Ding ins Grunde. Hm? Du bist mir ein Held! Hihi, juhu! Hallo, was müssen du sagen, mein Freund? Gib das her! Gib mich ab! Hui, oder auch nicht! Hm, ein Loch. Ein Spinnengewebe? Eins von zehn! Äh, ja. Du bist ein richtig toller Held! Du bist der Zauberer, der dich machte! Komm zu mir, du komm ins Gestein! Tu Affe! Yoke! Na, hast du den Jump? Was soll denn das? Oh ne, das war das falsche! Mann! Was hab ich? Was für'n Jump? Hast du nicht gesehen, wie der eine darüber gejumpt ist? Nein! Ey, wir paunen die Dinger gar nicht! Können auch einfach jeder! Du siehm! Wieso? Huh? Oh, da, vielleicht brauchen wir die doch! Hörst du mal aufhören damit! Alle Menschen zu töten! Wunder! Was ist denn da mit? Vorsicht Brücke! Hallo? Ich bin Fred übrigens. Und der andere? Das ist George. George und Fred! Ja mach was! Bei der Macht von dem Lichte! Ich kann gar nicht hinschießen. So? Ich aber kann was, was du nicht kannst. Wiii! Hopp! Wiii! Hopp! Ja, ohne mich hast du geliefert. Was ist das? Hallo? Ah! Vielleicht... Ah! Was ist das? Was? Was? Oh, was ist das? Hm? Uh! Was ist das? Was macht denn da so blöd? Ich habe doch ne Idee. Äh? Äh? Ich hab was voll zuerst gemacht. Musst du den tanzen lassen oder was? Nein! Oh? Was ist das hier? Hallo! Macht mal die Luca auf! Ah, danke! Kuchen! Oh! Nicht gut! So, okay! Ich hoffe vielleicht... Willst... Du bist doch... Bestimmt... Fröhlich über eine Plume. Äh... Du magst wahrscheinlich ein... Hübsches Bild haben... Und du magst bestimmt ein Blumen haben, oder? Ich krieg's da nicht drauf! Hallo! Hebs doch mal auf! Ey! Das ist das falsche hiermit. Warum? Warum? Wo willst du es wissen? Welches weiß? Hey! Ja! Genau! Hey! Willst du? Ich bin intelligent! Hopp! Und dass man auch am Sound gehört hat. Ab, 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 ab! Ja! Oh! Ganz viel Rübschen! Hallo! Was sind wir denn hier überhaupt? In Candy Chop! Candy Chop! Warum kann ich im Job nichts kaufen? Ups! Ich kann aber zerstören! Pipipipipipipi! Oh! Guck mal, die macht einen Anstand! Wer? Der eine hat einen Anstand gemacht! Ah! Es ist Winterzeit! Winter! Es ist Winter! Ich will einen Schneemann bauen! Willst du einen in den Schneemann bauen? Das ist Fleisch-Werbung! Pass auf, werde ich dich danach verhauen. Nein? Hofliebe sind wir. Laufen, 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 laufen. Wohin? Wohin? Zum Stehen! Oh, der Arme. Oh, der Fagel. Oh. Hast du die Fagel? Oh, ich hab Schlitten gefunden. Ich hab Schlitten gefunden. Oh, ich kann das auch. Das ist mir mein Schlitten. Ah, du hast mich schon gefahren. Du musst den Schnee mal vielleicht schon blüßen. Geht ja nicht. Versuch mal drauf zu kommen. Versuch mal drauf zu kommen. Na, 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 na. Das geht nicht. Ich hab ne Idee. Oh, wieso? Aha. Ich hab was gefunden. Back with you. Ja, aber irgendwie... Du hast nix gebraucht. Du musst die Teile zusammenbauen. Ich brauch noch eine Eule. Ah, keine Ahnung, Dude. Das sind die Packel. So, jetzt fahr mal den Schneemann. Mit dem Packel kannst du den Schneemann wegballern. Nein. Wie, nein? Klar. Aber dafür kann ich das nicht machen. Schön. Ich baue da einen Schneemann. Ich habe einen Schneemann gebaut. Was kann der? Nein. Tschüss. Ich kann ihn zerstören. Da ist was. Ach so. Was tut denn da? Danke fürs Lesen. Ich bin auch dieses. Oh mein Gott, was muss ich mit denen jetzt schon wieder machen? Drake und Malfoy besiegen. Mit dem Schneeball. Schneeball? Du kriegst Schneeball her? Na, du ne. Das trägst du nicht mit. Einmal umkicken. Aua, Aua. Hä? So. Wie hast du das gemacht? Ja, wie wir das an der Toilette gemacht haben. Oh, hast du ne Reaktion. Wie ein Esel. Wo hast du ne Reaktion? Wie ein Esel. Oh. Ich hab gedrückt. Ach so, es geht nur bei den Großen wieder. Oh. Ja, der hat mich zuhört. Der hat mich zuhört. Ich hab einfach die Bibi getroffen. Haha, nicht getroffen. Versteck mich einfach hinter dem hier. Ich hab einfach die Lache von Bibi Piussep. Ja, ja. Iglu. Ne, ne Kanone. Oder? Ein Iglu. Ein Iglu. Ja, ist klar. Ist ein Panzer. Ein wirkliches Iglu. Aua, das tat in dem Ohr weh. Oben noch viel drauf. Oder sowas. Boop. Alter. Irgendwie mach ich was falsch. Glaub ich. Oder muss jetzt das Dicke dahin geschossen werden. Kannst du mal aufhören? Geh mal fort da. Mann. Ich stape nicht immer. Ich muss das zurückschießen. Das bringt ja nix, wenn der das da... Siehst du? Zu langsam. Nein, lass mal. Weg war er. Was ist das Serios? Ist das Serios für mich? Hm. 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 Da, was geht denn hier ab? Wo bin ich? Hm? Wo kommt das hin? Hallo. Was? Can you stop it please? Wo kommt das jetzt hin? Keine einen. Ah. Ah. Ein Besen. Ein Besen. Ein Besen. Ich kann auch... Perfekt. Jesus. Look at this magic trick. Mal lieber, wo wir hin müssen. Los, hol den Besen. Welchen verdammten Besen. Genau. Da den. Ja. Ah. Nee, den vernachlässig war. Mach der das? Und jetzt? Und jetzt? Was, du was? Was? Außer... Wunderbar. Wir brauchen irgendwie einen Tag. Komm doch mal. Ich komm zu... hin. Ah, wir gehen mal drauf. Cool. Einer war... Ah ja. Hier ist ja voll Schnee. Haben wir wieder zusammengebaut. Super. Kann ich wieder zerstören, oder was? Hey, die Freunde bewegen sich. Okay. Gute Sache. Gute Sache. Ja, den muss man ab. Was? Ja, endlich. Ey, stehen geblieben. Lass einfach weg. Oh. Die Tür ist auf. Hinein ins warme Stubchen. Hast du? Oh. Ja, das war's nicht. Was? Hä? Hm? Hm. Hm? 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 alles klar ist klar und damit sind wir wieder hier durch und dann kommen wir als nächstes wo kommen wir eigentlich hin ich glaube jetzt dritte oder so ich check mal die tafel alles klar